Er hat bewiesen, dass die Mission durchaus möglich ist. Sie wird es niemals zu eng in einem Flugzeug haben. Deshalb ist er auch der Hauptstar seiner Mannschaft. Er sollte nicht in einer Autowerkstatt arbeiten, sondern an Powerlifting-Wettkämpfen teilnehmen. Selbst wenn die Autotür nicht aufgehen sollte, wird sie es trotzdem auf spektakuläre Weise ins Auto schaffen. Dieser Typ hat sowohl an seiner Kraft als auch an seiner Geschicklichkeit gearbeitet. Seine Knochen sind flexibler als Knete. Diese beiden haben einen coolen Trick vorbereitet. Dieser Typ hat keine Schlüsselbeine und er hat es zu seiner Superkraft gemacht. Guck dir das an. Er hat nicht nur starke Arme, sondern kann auch noch die Schwerkraft ausschalten. Sie scheint auch zu wissen, wo sich der Schalter befindet. Wirklich cool, wenn deine Stimme keine Soundeffekte braucht. Ihm würden wahrscheinlich auch Wolkenkratzer keine Probleme bereiten. Nein, dieses Video wurde nicht bearbeitet. Sein Arbeitstag ist um ein Vielfaches kürzer als bei vielen anderen. Bin ich der Einzige, der denkt, dass sie bei Venom mitspielen sollte? Er braucht sich nicht einmal rauszulügen. Wer braucht schon eine Band, wenn man auch alleine zurechtkommt? Er braucht sich nicht immer zurück. Ich finde, wir werden sowDSolgen. Was ist dir? Welche Kräfte haben ihm geholfen, das Ziel genau zu treffen? Wenn du das Jonglieren für eine Herausforderung hältst, was sagst du dann dazu? Das Ziel ist niemals ein das Ziel auf und ihr habt es ihre Beziehung auf den Wiener Ratsache fürs Sehen. Wenn du das Klientel anstet, dann, dann, dann. Dann, 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 dann. dann. Dann, dann, sagen, Das war's für heute. Das perfekte Gleisgewicht hat ihm geholfen, nicht nur den Baumstamm zu kontrollieren, sondern auch die reißende Strömung zu überwinden. Sein Führerschein sollte auf Premium hochgestuft werden. Schwer zu glauben, aber nein, er benutzt keine Magie, um den Teig in der Luft zu halten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Körperorgane dieses Superhelden funktionieren wie ein echter Springbrunnen. Hey, like a water tap. Wow, the bottle is really full. Der Barista, den wir verdienen. Hat er schon mal was von Physik gehört? Dieser Typ mag alles etwas mehr als der Rest von uns. Gib auch du uns ein Like. Sie kann Nahrung nicht nur verdauen, sondern auch noch zermahlen. Stell dir jetzt vor, wie schnell er ohne Kamera gewesen wäre. Es wurde ein wahres Supermodel gefunden. Wenn ich so etwas im gegnerischen Team gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich weinend nach Hause gegangen. Für alle, die geblinzelt und alles verpasst haben. Glaubst du, dass er den Korb verfehlt hat? Von wegen. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ja, ich will. What? Another one! Do the next one. Do the next one. Oh, mein Gott. Go on. Oh, mein Gott! What the f***? Stell dir vor, wie cool es wäre, die vollständige Kontrolle über jede Zelle des eigenen Körpers zu haben. Ihr Freund muss immer mit allem einverstanden sein. Ich bin sicher, dass er das auch mit einer Gewehrkugel tun kann. So kann man im echten Leben in Texturen stecken bleiben. So kann man im Texturen stecken bleiben. Jetzt fühlen sich wahrscheinlich sogar Ausbilder wie Amateure. Versuche dich an jemanden zu erinnern, der besser mit Nunchakos umgehen kann als dieser Kerl. Natürlich nur, wenn du dich traust. Wetten, dass du nicht erraten wirst, was genau er da zieht. So. 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 Die Kameraleute behalten den Ball besser im Auge als die Spieler, damit auch die Zuschauer das Spiel genießen können. Die Kameraleute behalten den Ball besser im Auge als die Spieler, damit auch die Zuschauer das Spiel genießen können. Bravo! Ein großartiger Beweis dafür, dass alle Grenzen nur in unseren Köpfen existieren. Die Kameraleute behalten! Das wirst du dir mehrmals ansehen müssen, um zu verstehen, wie er es geschafft hat. Bis zum nächsten Mal. Manchen Leuten fällt es schwer, eine Axt zu werfen. Dieser Rekordhalter traf das Ziel gleichzeitig mit 10 Äxten. Ja! Manche Geld bekommen. Ah! 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 Es ist an der Zeit, zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die fliegen können. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Er hätte ein American-Football-Star werden können, entschied sich aber dafür, andere Spieler nicht arbeitslos zu machen. Dieses Spiel hat Tausende von Menschen nervös gemacht, aber nicht ihn. Ja, ich bin. 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 Jemand, der dich nicht nur beschützt, sondern auch in der Küche hilft. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020